Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Wildstar. Mit mir, Zavex. Safina befindet sich immer noch bei den kleinen Wassertypchen. Und die wollen ein Ritual durchführen und das machen wir jetzt mit. Oh yeah, hallo hohe Priester Regenrufer. Wasser ist das Lebensblut der Meister. Finde ich gut. Lege deine Hände auf die Altäre, übergib die Opfergabe an die Beschwerer. Verbleib im Kreis, wenn der Sturm anwächst oder seine Kraft zwingt dich nieder. Was meinst du mit niederzwingen? Dass du sterben wirst, Fremdling. Der Strom ist ein strenger Meister, der Versagen bestraft. Okay, my buddy is ready. Schubidu up. Hallöchen. Ich aktiviere dich. Aktivierung Nummer eins. Oh yeah. Aktivierung Nummer zwei. Oh nice animation. Very nice. So, öffnen wir ein Portal. Oder so. Schubidu up. Schubidu up day. Oh, see you? Yes. Wir sind bereit. Lege deine Hände auf. Uh, lass uns mal reden. Du hast den Dank der Jünger, Fremdling. Nice. Du hast den Dank der Jünger, Fremdling. Du hast den Dank der Jünger, Fremdling. Du hast den Dank der Jünger, Fremdling. Wenn ich in meinem Kreis laufe, dann passiert mir nichts. Na, damit hast du nicht. Okay. Genau. Die Dinger gehen einfach nur schneller die Schüsse, oder? Ist das alles, was du zu bieten hast? Sturm der Stürme? Ein paar Blitze gegen mich? Das kann eine Safina Firestar überhaupt nicht aufhalten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Siehst du? Oh Gott. Oh no. Oh, gut. Jetzt, jetzt beginnt der Stüssel am Fizzeln. Jetzt schießt er nicht nur auf mich, sondern noch ein paar Mal woanders hin. Uh. Nice. Ja, in meinem Bewegung bleiben. Ist das, äh. Ist was? Shit. Oh. Oh. Springen macht keinen Sinn. Oh. Oh. Full durchgelaufen. Full Hardcore. Oh yeah. Jetzt wird's besser. Oh. Ah. Ah. Links, rechts, fort aus. Oh. Wow. Nice. Kein einziges Mal getroffen worden, Baby. Nice. 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 Blitzball. Cheryl. Hallöchen. Sprich, Fremdling. Der Strom respektiert dich jetzt, Fremdling. Der Strom respektiert dich jetzt, Fremdling. Nimm seine Geschenke und mach dich kampfbereit. Wir werden unsere Feinde vernichten. Die Flut wird sie fortspülen. Ich fühle mich erfrischt. Häuptling, Regenstreiter, wird uns in die Schlacht führen. Triff dich mit ihm vor dem Dorf und schließ dich uns an, damit wir die Läuterer besiegen können. Es wäre mir eine Ehre. Du hast dir unseren Respekt verdient, Fremdling, aber das macht dich zum Teil unserer Bruderschaft. Nice. Achja, und wir haben hier ein Blinkblinks. Ein Anruf. Du willst also mit mir reden? Mutig genug, um nach Wildlauf zu reisen? Hm? Wir werden von unseren neuen Basis in Fortwachsamkeit auf dem Wald erforschen und seine Geheimnisse für das Imperium beanspruchen. Oh ja. Was kannst du mir über Wildlauf erzählen? Wildlauf ist ein unberührter Dschungel und es pirschen jede Menge unheimliche Bäschen durchs Unterholz. Pass gut auf, dass du dich nicht verläufst. Okay. So ist's richtig, Schwester. Ja. Spring an Bord, Schätzchen. Ich bring dich hin, bevor es Dagoon zweimal mit dem Schwanz wedeln kann. Versprochen. Das ist das neue Gebiet, wo ich vom Level her schon hin kann. Aber in der Grund, da gibt's noch ein bisschen was zu tun. Also machen wir chronologisch hier weiter. Wo ist's? Wo ist's? Wo ist's? Boy? Wo ist's boy? Where is's boy? schmutzige arbeit angenommen dann lasst uns doch mal dadurch war passiert nichts enttäuschend ein bisschen jup 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 hey man oh da sind das sind die weddys walls get up swaggidi swag man bei den rasenden gezeiten schätze ich in den kampf besiege den leute rar wir werden die jünger bekämpfen schakonaka locker ok ein fässer stirrup halt alle zusammen das sieht doch nicht wir haben eben mit meinem super level gar keine chance so ich weiß gar nicht wie viele haben wir dann überleben am besten an so sind schon alle tot jetzt bauen die weg du bist du bist ein dieser körper nicht würdig werden nicht würdig die wahl hat mich belogen der körper voll voll nice man grüße der gezeiten und der nebel du bist eine wahre kriegerin davon werden die stillwasserpellen noch viele jahre lang erzählen möge dich der strom auf allen weiteren reisen für dieses land leiten diese mission ist vollendet wasser ist das lebensblut der meister eine stimme die schon ewig nicht erklang trinkt aus der festung der meister die aufstrebenden begehren ihre macht begib dich sofort dorthin und hilf den meister haben denn die meister haben gesprochen jo die meister selbst wünschen dieses treffen vertreibt die fremdling aus der festung der meister glaubt du bist sehr meister fokussiert man fokussiert kundschaft da sagt da ist in der richtung ansonsten alles da ist okay schnigelstab so hier 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 beim schmetter legen was muss ich denn hier machen verfolge den flatter kobold und finde heraus wo er herkommt hallo oh no hello boy oh du bist doch schön schmetterlich schmetterlich ach mag der schmetterling wo fliegst du hin ich folge dir überall hin hier hoch da lang und dann weiter da lang oh bist du schnell man so schnell oh da ist ein schiff schubidu ab da schubidu ab ja 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 oh das ist echt ein transporter da waren wir doch letztes mal schon drauf schmetterling da bist du ich dachte ich hab dich schon verloren das da ist etwas ausgetrocknet von den protostarleuten ganz schön frech wo gehst du hin mein kleiner schmetterling du bist nicht so schnell ich weiß neue errungenschaft neuer errungenschaft oh ja guck mal ich bin ein kleiner fliegender schmetterling kleiner fliegender schmetterling damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass wir uns jetzt verwandeln super nice oh yeah cool fliegen wir jetzt zurück oder was ich bin ein kleiner fliegender schmetterling ich bin super schön und ich bin super gelb super gelb super gelb ja ok es ist schon gut also wir fliegen wupschi dubschi stufaufstieg jetpack sprungen erhalten nice und da ist was im sammeln super nice und da ist was du kaputt machst noch viel nicer eigentlich eigentlich nicht aber okay kann man kann man kann man machen also ich bin derzeit ganz zufrieden mit der situation mit den aktuellen umständen schon jetzt wandern wir dort hoch ansonsten ist alles alles nice alles alles nice cool gegner müssen wir da durch anscheinend schon oh hell oh bleib wachsam da fiel der firestar ansonsten muss ich die schlagen oh nein tut weh hör auf damit fuui fuui oh ok ich muss euch einfach alles zerstören das kann es das kann es ich träge euch alle das habe ich doch im blut ja bronze ist schon mal am stüssel dann ist silber nicht weit entfernt ich mach euch so viel schatten ich bin überlevelt aber ich weiß das ich bin es trotzdem ganz okay silber ja oh die sheet einsammeln so oh oh nein ich habe gerade das relic glaube ich kaputt gemacht das ist äh ärgerlich aber ich muss da hoch ich muss gleich sicher die typen eh nochmal kaputt machen aber eben Gold auf die schnelle zu erhalten ist jetzt auch nichts äh ganz verkehrtes hoi aufladen boom 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 bam 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 goldrang verliehen sexy schüppidu was sammeln wir jetzt ein schultern oder handwerkswagen oder handwerkswagen oder handwerkswagen nass und ja das ist ja der waffe oder handwerkswagen die items sollten glaube ich hier gar nicht so krass sein für unsere für unsere level für unser level soll das gar nicht so viel bringen theoretisch kommen wir das erb ernten und ich sehe dass das eine sehr grüne Folge dann wird bitte relevante Daten hochladen sei gegrüßt Lebensform Machtgefüge komprimiert Augumentationierungsanlage x426 arbeitet derzeit unterhalb des Mindestgrenzwertes das ist schlecht oder Notfallprotokolle aktiviert das bedeutet es ist ziemlich dringend laut Berechnung liegt die Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen Ausgangs bei exakt 67,9% das ist noch gut die Mehrzahl der Hüterkonsolen sind derzeit oft leeren wahrscheinliche Ursache Experimente der aufstrebenden Konsolenwiederherstellung und Seelenkern-Tötungsanfrage werden eingeleitet Wieso sind die Aufstrebenden hier? Die Argumentierungsanlage x426 war für die ursprüngliche technologische Entwicklung sowohl des Argumentierungsprozesses als auch der fehlgeschlagenen Rekombinationsinitiative verantwortlich Das heißt Argumentation ist der Prozess durch den Lebensformen biologisch, chemisch und oder durch Robotertechnik verbessert werden Der Vorgang wird für eine Infusion mit Omniplasma eingeleitet Was ist das denn? Omniplasma ist der Mechanismus, durch den mikroskopisch kleine Naniten in das zentrale Nervensystem eines Subjekts transferiert werden Die Daten zeigen an, dass diese Prozesse ein leichtes Unbehagen hervorrufen kann Ist das okay? In den Statistiken ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für stimmliche Äußerungen und ungewollte Bewegungen verzeichnet Auch Selbstverstimmelungen wurden beobachtet Das klingt jetzt alles gar nicht gut Organische Bedrohungen müssen vernichtet werden Nicht du Andere Bedrohungen Durch dich Alle Seelenkern nebensohn in dieser Anlage müssen ausgelöscht werden Unverzüglich Häh? Du ich kaputt gemacht habe? Noch mehr Putt machen? Na gut Oh shit Sorry, ich nehm's zurück Ich leg mich nicht mit Elitis an Das dauert zu lange Und bringt In der Regel Viel zu wenig Als so What? Aber die geben so wenig Prozente Die geben so wenig Prozente Mann Nein Ernsthaft? Ich muss eine halbe Armee töten Oh man Er hat das Gefühl Okay Oh wir machen die Großen platt Was ist passiert? So Kannst du kleiner Dude auch dazu kommen? Indem wir einfach alle ins Kollektiv Zerstörungsparty Dings Danke Wunderbar Nice Das ist ein großer roter Knopf Und da ist grünes Gubbel 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 Ich würd sagen Das war's von der heutigen Folge von White Star In der nächsten Folge Rollen wir mal hier richtig auf Davor haben wir denen noch ein paar Plüschis dazu geworfen Jetzt zerstören wir sie Alles klar Ich würd sagen Bis dann Ciao Ciao